Das hat EA wirklich noch nie gemacht. Wenn es um Community-Wünsche und Feedback geht, stößt man bei EA ja meistens auf taube Ohren. Behebung von Bugs, neues Food-Champions-System, mehr Liebe für den Karrieremodus und Pro-Clubs und und und. Wissen und kennen wir ja alle. Nun könnte sich das alles ändern. Der Wille von EA ist grundsätzlich da, ob sie es aber umsetzen, muss man abwarten. Denn Mitte April hat EA über ihre Social-Media-Kanäle tatsächlich gefragt, welchen Spieler man als neue Hero bei FC 25 hinzufügen sollte, wenn man denn die Wahl hätte. Shibi hat das für euch natürlich ausgewertet und wir schauen in die Top 25 natürlich. Logisch. Und jetzt wird es lustig, denn schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie viele Spieler von allen, die genannt werden, es dann wirklich ins Game schaffen. Vielleicht hat ja jemand den ultimativen Tipp. Und ja, EA hat zwar explizit nach Heroes gefragt, aber die Community hat natürlich auch viele Spielernamen mit Icon-Potenzial gedroppt. Daher machen wir da keinen Unterschied. Wir legen los und lasst gerne Liebe für dieses Video da in Form von Likes, Abos oder Teilungen. 25. mit 159 Stimmen. Mario Manchukic. Kroatische Legende, sollte im Allgemeinen bekannt sein. Auch der 24. hat 159 Stimmen und es ist Shibi Bonjak. Shibi, Shibi, nicht verwandt oder verschwägert. Eine polnische Fußballlegende, welche in den 80ern seine Prime in der Serie A hatte und bevorzugt im offensiven Mittelfeld spielte. 23. Adam Johnson mit 180 Stimmen. Ja, es kann gut sein, dass er sein paar Hirnamputierte lustig fand, nie zu wählen, da seine Karriere mit 28 ein vorläufiges Ende fand, nachdem gegen ihn ein Gerichtsverfahren wegen gewissen Handlungen mit einer Minderjährigen eröffnet wurde. Und nein, da wollte kein kleines Mädchen Aufmerksamkeit. Johnson gestand und wurde im März 2016 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Wer das lustig findet, man, sollte sich auch ganz dringend Hilfe suchen. 22. Michael Carrick mit 237 Stimmen. Manchester United Legende und ein sehr guter Mittelfeld-Allrounder, aber hauptsächlich als Sechser unterwegs. 21. Emil Hasky mit 242 Stimmen. Er hatte zwar den Antritt einer Handbremse, aber er war ein physisches Monster. 20. Klaas-Jan Hünteler mit 326 Stimmen. Ja, den Hunter sollte man als Schaltgelegende kennen, aber er hat tatsächlich auch mal bei Real Madrid gespielt. 19. Andy Cole mit 363 Stimmen. Nach She-Ra, Kane und Rooney auf Platz 4 der ewigen Torschützenliste der Premier League. Damit ist glaube ich alles gesagt. 18. Arjen Robben mit 406 Stimmen. Ja, hier wird deutlich, dass EA eigentlich nach Heroes gefragt hat. Ich gehe schwer davon aus, dass Robben eine andere Stimmzahl bekommen hätte, wäre es um Icons gegangen. 17. Blas-Mathidi mit 414 Stimmen. Auch ein typischer Sechser, wie er im Buche steht. 2015 ist er sogar Frankreichs Fußballer des Jahres geworden und das muss bei so einer starken Fußballnation schon etwas heißen. 16. Ivi Czaolic mit 446 Stimmen. Münchner, Hamburger, Wolfsburger. Er sollte bestens bekannt sein, aber auch für Kroatien hat er über 100 Spiele absolviert. 15. Sinisa Mihailovic mit 468 Stimmen. Leider 2022 verstorben. Er wäre der erste serbische Hero und er hatte in der Tat ein unverkennbares Merkmal. Seine enorme Gefahr als Freistoßschütze und das als Innenverteidiger. 14. Riccardo Quaresma mit 581 Stimmen. Skill-Legende, Pass-Virtuose, Pferdelunge und, und, und. Man kann ihn wirklich mit vielen Sachen beschreiben, irgendwie trifft alles auf ihn zu. 13. Gareth Bale mit 586 Stimmen. Ja, auch der sollte bestens bekannt sein und ähnlich wie bei Robben plädieren hier die meisten Leute eher auf Icon. 12. Adriano mit 657 Stimmen. Ja, man kann sagen, seitdem Ultimate Team existiert, steht er kontinuierlich weit oben auf der Wishlist der Community. Aber er kommt einfach nicht. Vielleicht hat er auch einen Exklusivvertrag mit Konamis E-Football, aber das ist eben nicht bekannt. 11. Francesco Totti mit 679 Stimmen. Auch definitiv Icon Material, aber ironischerweise genau das gleiche wie bei Adriano. Bei E-Football ist er bereits dabei. Auch hier könnte also ein Exklusivvertrag der Grund sein, dass er bei EAFC noch nicht auftaucht. 10. Cesc Fabregas mit 703 Stimmen. Der Golden Boy von 2006 eröffnet die Top 10. Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Kurz gesagt, er ist immer ein wichtiger Bestandteil gewesen. 9. Marek Hamšik mit 769 Stimmen. Absolute Slowakei und Napoli-Legende. Für die Meisterschaft hat es zwar nie gereicht bei ihm, aber er hatte großen Anteil daran, Neapel wieder in die Serie A zu bringen und dort auch dauerhaft als Top 5 Verein zu etablieren. Platz 8. Yo, 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 yo. Adebayo Akin Venva mit 1209 Stimmen. Der Profi, der nie einer war. Trotzdem hat der stärkste Fußballer der Welt absoluten Kultstatus. 7. Antonio Valencia mit 1249 Stimmen. Der Inbegriff vom mittlerweile modernen Rechtsverteidiger. Schnell, vorne brandgefährlich und defensiv, ja, mit Schwächen. Aber für Premier League Fans war er stets unterbewertet. 6. Juninho mit 1302 Stimmen. Ganz kurze Geschichte. Mit 77 direkt erzielten Toren, ja, ist er tatsächlich der Freistoß-Goat. Ne absolute Maschine. Wir gehen rein in die Top 5 mit Eden Hazard und 1804 Stimmen. Angeblich soll er in der Testphase von FC 25 schon als Hero gesichtet worden sein. Daher kann man auch stark mit ihm rechnen. 4. Zlatan Ibrahimovic mit 1813 Stimmen. Ja, der Wunsch nach Zlatan ist groß, aber warum? Ich denke, dass er niemals Icon oder Hero bei EA FC wird. Habe ich ja bereits vergangenes Jahr ausgespeichert. Platz 3. Edgar Davids mit 1821 Stimmen. Er ist schon so lange kein aktiver Profi mehr und wird trotzdem noch so heftig appreciated. Mag er EA nicht? Hat er was gegen Videospiele? Wird ihm zu wenig Geld geboten? Man hört seit Jahren absolut gar nichts dazu. Ich persönlich habe mich von dem Gedanken, dass er irgendwann mal dabei sein wird, schon verabschiedet. 2. Sergio Aguero mit 1836 Stimmen. Le-gen-de. Egal ob Icon oder Hero, er ist fällig. Da sind wir uns sicher alle einig. Und Platz 1 ist der einzige deutsche Nationalspieler in der ganzen Liste. Mesut Özil mit 2084 Stimmen. Abseits vom Fußball eine sehr polarisierende Person. Da ist natürlich die Frage, ob EA das als Risiko eingeht. Und unabhängig davon sollte man klarstellen, hier geht es um Fußball. Und wenn es eben darum geht, hat er den Spot definitiv verdient. Und das waren die Top 25 Wünsche der Community für neue Heroes bzw. Icons. Eure Tipps, wie viele wirklich dann dabei sein werden, wie gesagt gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, wenn ihr sagt, hey, ein Spieler, der wurde ja komplett vergessen. Der hätte es definitiv noch mehr verdient. Ich bin gespannt. Und jetzt in der Endcard könnt ihr natürlich nochmal meine kleine Zusammenfassung von FC25 News und Leaks anschauen. Oder allgemein auf dem Kanal vorbeischauen. Es gibt genug, wirklich genug Shorts. Haut rein, wir sehen uns.